Tagschön ihr Lieben, ist glaube ich eine Weile her, seit ich das letzte Video mal aufgezeichnet habe. Ist jetzt auch nicht unbedingt mit der besten Kamera, nur gerade zwischendurch. Ich wollte eigentlich nur Bescheid sagen, dass neue Videos oder generell gerade neues Videomaterial landet auf einem anderen Kanal, wo ich mit jemandem zusammen unterwegs bin. Nennt sich Art Fremd Seitwärts. Ich werde das unten im Video nochmal irgendwie reinpacken, auch in der Beschreibung. Da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen, wenn ihr wollt. Wir versuchen jeden Monat mal was hochzuladen. Ist ein bisschen unregelmäßig, weil wir haben ja beide arbeitstechnisch auch zu tun. Aber da gibt es auf jeden Fall neues Material. Hier auf meinem eigenen Kanal will ich auch immer noch was Neues hochladen. Aber arbeitstechnisch und generell, was man gerade so zu tun hat, das frisst einfach extrem viel Zeit. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so viel beansprucht, dass man dann am Wochenende eher noch irgendwo im Keller unterwegs ist und elektrotechnische Sachen macht. Aber es ist wie es ist und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Es bleibt mir immer nur zu hoffen, dass man ein paar Sachen noch verbessern kann. Also, falls ihr wollt, es gibt noch ein paar Videos dann auf Art Fremd Seitwärts. Und da sind wir auch immer zu zweit bisher unterwegs. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.